Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Keeper Tries Ähm Wir müssen noch den Boss Rush machen Wir müssen noch den Boss Rush machen Dann haben wir alles Da gibt es nur noch gemütlich Runs Ups Eine Bombe gelegt aus Versehen So für den Boss Rush brauche ich natürlich gleich irgendwie Mann Nicht sowas Irgendwas richtig cooles Ich finde das schon hart Mach das nochmal Ne Auch nicht Tiersabwehr einfach fett Magic Marshmallow Halo oder sowas Will ich mitnehmen Mach das nochmal Das ist so viel Ich habe es nur nicht gewusst Deswegen habe ich es mal genommen Ansonsten hätte ich unten weggesprengt Ne Gemini würde ich auch nehmen Da kommst du recht schnell voran Mit dem Gemini Wäre ganz cool Aber ne Auch nichts Eine Cursed Room hier Heißt das Cursed Room? Ne Cursed Room ist was anderes Diese Zickzack Räumchen da Zahnräumchen Da könnte ich eigentlich auch rangehen Da kann ab und zu mal Damage ab drin sein Rainbow Tears Kommt da jetzt beim Keeper Und dann drei Versensen Ja gut Das ist mir zu random Dieses Item vom letzten Mal Von diesem Vom Als ich den Megasatan gekillt habe Das war natürlich schon sehr nice Jedes Mal wenn ich ein Dings kille Wenn ich einen Gegner kille Werde ich stärker Das war schon ein fettes Item Das wäre schon cool Besonders für den Boss Rush Besonders für den Boss Rush Das wäre so schön jetzt Wenn das hier gleich In der nächsten Session Klappen würde Hagalas Hagalas Das wäre schon cool Was ist eigentlich aus? In der Vorschau Sieht das immer aus Wie wenn der Isaac Hier hin und her ruckelt Guck mal Aber wenn ich mir dann Die Aufnahme angucke Da ist es eigentlich ganz nett Da passt das Das ist doch auf 60 FPS Also Eigentlich kann ich mich Da nicht beschweren Kommt doch mal Was schönes hier jetzt Gibt es schon mal ein Item? Okay Aber nicht Kein gutes Item Kein wirklich gutes Item Okay Oh crap Tiersab Tiersab Stil toll Und Tiersab Kommt Schade Soll ich die wirklich mitnehmen Die ganzen Räume Geht's ja nicht Ne ich mach das nimmer Ich nehm den Itemraum Und fertig Guten Itemraum Oh Hyperkeck Gar nicht so schlecht Na okay Ist mit Rüppelshot Vielleicht nicht das wahre Accuracy brings Power Das war ganz cool Ne Ich glaub das war Ist ganz cool Kann man mit arbeiten So gibt's hier gleich noch Damage ab Das wäre super Ich würde es direkt nehmen Schade Keins bekommen Okay Ah da waren die Fliegen schuld Ne Eieiei Ist der explodiert? Das hab ich gar nicht Auf dem Schirm gehabt gerade Und Bosshaus Ja da sorgt schon Was hab ich denn jetzt schon? Boah Das ist schon mächtig Boah Fett Gib mir mehr von dem Scheiß Accuracy brings Power Und Jesus Schuss Guter Start Netter Start Echt Sauber Da hinten wäre auch nochmal so ein Teil Okay Ist natürlich für den Devil Deal auch immer Äh für den Devil Deal Für den Wie heißt das Teil? Ach der Boss Rush Oh Fuck Fuck Das war ganz schlecht Das war auch ne Münze Gib mir ne Münze Yes Bomben Okay Kein Schlüssel Fuck Kein Schlüssel Ich brauch nur einen Schlüssel Da ist er Komm schon Gib mir was Gutes Das war Reroll Stats Ne Ich mach das mal Ich mach das einfach Mal gucken was kommt Vielleicht wird's geil Das hat jetzt nicht viel gebracht Wie viel Aufladung hat das Vier Das probier ich nochmal Ich lass mal mit dir Okay Nichts Ich teste das einfach mal jetzt Vielleicht gibt's Vielleicht gibt's ja noch irgendwas cooles Vielleicht gibt's ja irgendwie Sex Damage Oder sowas Oder Geile Geile Schatz Speed Oder so Oh Sag mir jetzt net Das reicht net Das reicht echt net Oh Hoffentlich gibt's hier ne Batterie Da unten Letzte Chance Komm schon Gib mir ne Batterie Keine Batterie Fuck Doch da ist auch eine Was haben wir Naja ein bisschen Damage Ab hat's gegeben Oder Na Drei Striche Okay Schade 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 Ich kann also nochmal Rerollen Oh Gott wie großartig Und ich mach mir Sorgen Um Damage ab Na komm weiter geht's Speed Belt Gut Ach schön 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 Jetzt Shielded Tears Super wär das Da kann ich rein schon mal Na Das ist jetzt net so immer Empira Ist okay Wenn's knapp wird Von der Zeit her Nehm ich gerne mit Schlüssel nehm ich auch gerne mit Gleich in den Großen Zack Zack Den braucht kein Mensch Hm Ne Oh Fuck Das war ganz schlecht Nein 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 Oh man Diesen Scheiß Mach hier Da bin ich rein Wenigstens da unten Oh guck mal da Und dann sowas Einer fehlt noch Ich will diese 1 plus 1 Bomben haben Wenigstens Resistenz 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 Sehr cool Frail Fuck Ich würde sterben Oder auch nichts Tja Weiter geht's Diese Scheiß Ab und zu mal getroffen werden Das geht mir so auf den Keks Gut Warum So Sprechen Weiter hier drauf jetzt eine bombe ich probier's mal Sackgasse auch noch Zeit ist gut war das schlecht gespielt war das schlecht gespielt oh mein Gott phänomenal schlecht gespielt Ah, den nehme ich mal mit. Was gibt's? Wieder die blaue. Ich glaube, Keeper kann nur die blaue bekommen. Kann das sein? Aber dafür, dass ich den Pupo habe, gibt's Haufen Kohle. Ich hab noch Zeit, ich hab noch Zeit. So, jetzt brauche ich den hier nochmal kurz, um da reinzukommen. Wie er sich screed. Okay. Was machen wir? Nehmen wir mal mit. Vielleicht kommt ja noch was Schönes. Den hier auch. Und das auch. An den hier weiter, ne? Darf doch nicht wahr sein. Wie will der denn noch spawnen? Das ist doch gar nicht. Boah, sind die riesig. Und Halo. Fett. Und das ganz ohne Devil Deals bisher. Ganz ohne Devil Deals, weil ich zu scheiße war. Debs XL noch. Auch noch. Okay. Bitte Schlüssel drin. Nein, was war das? Addicted. Nein, das will ich jetzt hier nicht. Okay. Okay. Ja. Zack. Und weiter. Schon mächtig hier. Range down. So, hier hoch vielleicht. Das ist schon eine fette Kombi hier. Die haben wir treffen lassen hier. Vielleicht noch einen Devil Deal bekommen. Hier muss es ja eigentlich noch einen zweiten Item brauchen. Hier, der erste. Oh, was ist das? Das Steinchen brauche ich ja definitiv nicht. Dann nehme ich das hier mit. Hm, hm. Mal gucken. Hm, toll. Ja, 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 ja. Ja, Zeit ist noch. Hä? Also. Range down. Tailpills. Ne. Nein, danke. Shop würde ich eigentlich auch gerne noch finden. Und da ist zumindest mal der hier. Okay. Ich habe keinen Schlüssel. Fuck. Oh, das ist mächtig. Oh, das ist mächtig. Das ist cool. Okay. Oh, sind die groß. Ist das geil. Ist da was? Ne, da ist nichts. Ich brauche das Schlüssel. Definitiv. Oh, oh. Oh. Komm schon. Kein Schlüssel. Fuck, das sind die Bosse. Ich brauche aber noch Schlüssel. Ich will noch einen zweiten Item brauchen. Und ich will da unten noch rein. Komm, gib mir noch Shielded Tiers oder sowas. Wenn da jetzt ein Schlüssel hingefallen wäre. Oh, Jesus. Komm schon, Mami. Bomben. Ich brauche einen Schlüssel. Oh, jetzt wird das schon wieder knapp hier. Oh, danke. Jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht. Ist auch blöd, ne? Gib mir doch noch einen Schlüssel, Mann. Fuck. Komm, hier vielleicht. Nein. Hierophant. Ja, komm. Dann gibt es eben noch nur den zweiten Linksraum. Mir ist scheißegal. Keine Zeit mehr. Ich muss hier auch mal aufpassen, dass ich noch einen Stachel laufe. Ich hätte gerne noch irgendwie einen Devil Deal. Boah, das wird verdammt eng von der Zeit. Und alles für das. Toll. Alles für das. Den Scheiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Krampus. Kohle, komm. Fuck. Nein. So, ich muss jetzt machen, ne? Ist das the body oder the mind? Ich weiß es gar nicht. I know all. Mist. 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 Fuck. Mist. 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 Wo ist er? Oh Gott, umgleich der Cage auch noch. Mein Gott, wo ist die Münze hier? Oh Gott, der Spiller, ist das krank. Oh, ich muss hier nur ein, zwei Mal treffen wahrscheinlich. Yes, komm schon. Oh, der war schön, der war schön. Oh Gott, komm schon. Wer ist der Zweite? Ich sehe den Zweiten nicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Fuck. Wo ist er? Wo ist er denn? Aber der kommt jetzt natürlich gar nicht raus. Fuck, fuck, fuck. Oh, der ist auch tot. Oh, der Arsch. Nein. Das ist ein ganz kleiner Witzer hier. Oh, der ist tot, okay. Eck ab. Oh. 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 Ah, der ist lebt noch. Mega fett, die. Nein. Fuck. Jetzt wird's heftig. Oh, war das eng. War das eng. Fuck. Mhm. Was haben wir? Nicht so toll. Auch nicht so toll. Oh, das war eigentlich eine supergeile Kombi, ne? Polyphemus. Und Accuracy brings Power. Schade, schade. Hat ganz gereicht. Eine Rolle, echt? Soll ich das machen? Komm, wir probieren's mal mit dem her. Oh, gibt's ne Münze mehr? Oh. Gummi Curse. Hm, ich will das noch ein bisschen testen. Okay. Yes. Genau das wollte ich. Ich hab noch die Resistance Rune gehabt eben und hab's da nicht eingesetzt. Oh Mann, wie dumm. Tears up, bitte. Was macht Perks? Keine Ahnung. Warum? Ja, wo ich kann das vergessen. Ah, okay. Warum hab ich sie nicht eingesetzt eben? Mann, bin ich blöd. Die hat gehalten wahrscheinlich bis zum Schluss. Oh Mann. Die Empress. Die Empress. Warum hab ich die nicht eingesetzt? Ich bin so blöd. Und HP ab, fuck you. Nein. Oh Mann. Ich hab nicht mehr dran gedacht im Eifer des Gefechts. Fuck. Die hätte bestimmt noch gut ausgehalten. Ne. Was für ein Fail. Hier können wir ja nochmal ein paar Items suchen, ne? Ah, keine Münze. Geht doch. Ja, jetzt gucken wir nochmal da unten. Mann, Mann. Hab ich das vergessen? Schade. Nein. Na, fuck. Come on. Neu. Oh, hab ich das vergessen? Das geht mir jetzt ja tierisch auf den Keks. Aber sowas von. Verhältst du dir das Ding bis zum Boss Rush? Und dann sowas. Darf doch echt nicht wahr sein, Mann. Willst du es nochmal rückgängig machen? Ja, klar. Spoon-Bender. Gut. Nehmen wir mit. Starten. Okay. Den kennen wir von eben, den Raum. Ja, komm, abhaken weiter. Nächster try. Okay. Ist mit Triple-Schutz wahrscheinlich ganz cool, ne? Spoon-Bender. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ah, klar. Okay. 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 Das Bunenbind wäre cool, auch sehr geil. Ich probiere das. Okay, infested. 16 Münzen, kein Schlüssel. Fuck. Jawohl. Oh, das ist ja billig, ne? Einfach nur hier mit sich bleiben. Ah, klar. Gut. Komm, wenigstens was Gescheites. Cancer oder so. Boah, und weiter. Boah. Nichts gibt's. Okay. 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 Das wäre eben so ein geiler Run. Ich bin noch nicht drüber weg. Und ich habe manchmal ein Dings gehabt, ne? Kein einzigen Devil Deal. Kein einzigen Devil Deal. Wahnsinn. Doch bei Mom, zum Schluss. Okay. Heint. Heint. Bye. Okay. Ich bin noch nicht drüber. Okay. Okay. Und wir bekommen... Weißt du ja was? Ich mach das mal. Scheißegal. Wie ist denn das Risiko muss sein, oder? Jetzt darf ich auch da unten rein. Was kann ich das ja direkt nutzen immer, ne? Mal P-Hab, wenn wir es schon irgendwie wieder bekommen. Okay. Hier zum Beispiel. Ha, natürlich nicht. Hier kann ich nicht ran. Hier kann ich auch nicht spielen. Kann die aber wegbomben. Ich hab keine Bomben. Okay. Verstanden. Das Spiel will mich verarschen. Oh, ein Schlüssel. Kann ich noch irgendwo rein? Ich weiß nicht. Hier muss ich ja rein. Das hab ich ja noch gar nicht gemacht. Okay. Gut. Danke. Ja. Toll. Komm. Risiko. Smaller. Okay. Keine Bomben bekommen. Dann weiter. Zeitlich noch okay alles. Ich darf halt einfach nicht getroffen werden, ne? Das wird das größte Problem werden hier jetzt. Ich hab keine Bomben. Ich kann auch nichts machen. Aber ich krieg auf jeden Fall einen sicheren Devil Deal. Das ist schon mal cool. Okay. 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 Das Problem ist, dass ich langsam bin. Nicht langsam, aber eigentlich eher, dass ich schnell machen muss. Also ich verfügt noch eins. Kein Damage habe. Oh, Junge. Gebt mir was Schönes. Oh, was soll ich da denn machen? Ich muss aufpassen, ne? Gut. Gut, wir haben eine Bombe. War da nicht was für eine Bombe? Ja, ein Schlüssel. Das bringt mir nicht viel. Ich brauche ein HP ab, unbedingt. Tja. Das ist natürlich der Nachteil dann. So, komm. PhD. Irgendwann los. PhD. Tiers abfinden und alles ist gut. Haufen Tiers abfinden, natürlich. Okay. 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 Was? 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 Ah! Fuck. Ja, komm. Oh, das sind zwei, ne? Oh, das ist auch nur XXL, hätte ich das gewusst. Ja, das wird nix. Fuck you. Nein, nein, nein. Das wird nix. Oh, jetzt. Komm, bitte. Schönes. Das bringt gar nix. Was soll ich damit denn machen? Mit dem Eyeshot. Ich lasse mich dann nochmal den gleichen Seed finden, wie vorhin. Ach, Rocks. Ich habe gedacht, der re-rollt auch die die Poops. Auch ein Crap-Item. Komm, nochmal einen schönen Anfang gegen wir jetzt. Ja. Ja. Das nehmen wir mit. Das mag ich zum schnell durchrushen irgendwie. Und das wird kein Mensch. Danke. Danke. Was wäre denn das für ein Assi-Raum gewesen mit dem normalen Keeper jetzt? Ohne Number One. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, was soll ich machen? Oh, der war noch doppelt so schnell. Kannst du gar nichts machen. Ist zum Glück noch Base mit Eins. Der Seller. Oh, heftig. War auch eng. Danke. Kein blaues Steinchen bisher. Okay. Weiter geht's. Ich würde das gerne weitermachen. Aber das ist natürlich asozial hier. Den hat er erwischt. Fuck. Danke. Gib mir was Gutes. Fuck. Fuck. Schade. So, jetzt vorsichtig. Hä? Was war das? Hä? Bin noch niemals in dem sein Feuer drin rumgelaufen. Also, das war jetzt schon ein bisschen buggy gerade, oder? Das müssen wir nochmal angucken später. Hier nehme ich es natürlich mit, wenn die kostenlos da rumliegen. Oh, cool. Okay. Okay. Das ist gar nicht so schlecht bei so einer hohen Shardspeed. Okay. fliegen bekommen. Okay. Klar machen wir das. Ist da oben auch. Ein Map ist schon mal cool. Das brauchen wir nicht. Natürlich. Den springen wir auch weg. Okay. Okay. Komm. Die nehmen wir und lassen wir uns nicht entgehen, ja? Und ab zum Boss. Monstro. Ich hasse den mittlerweile mit dem Keeper, der manchmal so unkontrolliert ist, aber dieses Mal ist er gut. Trotzdem Davidee? Yes. Und Tears Up. Fett. Cool. Ja, fuck you. Und weiter. Curse of the Darkness. Danke. Okay. Männlich genug. So, wo wird das sein? Ganz unten links, oder? Damage haben wir zwei Striche, okay. Oh mein Gott. Wir könnten sterben jetzt. Danke. Nicht drückt, wenn sie den Typen hier reinrennen. Den Schuss von dem hier. Oh, Jesus. Gut. Geschafft. Das machen wir auch. Kriegen wir zwei Bobben zurück. Okay. Hey, ist der Boss. Ich muss hier aber gar nicht zum Boss. Ich deb. Obwohl, könnten wir gleich mitmachen, ne? Oh mein Gott. Ich bin zu langsam eng hier. Muss halt so nah ran. Ich muss halt ganz knapp stehen bleiben. Äh, immer laufen, meine ich. Danke. Danke. Kein Devil Deal. Danke. Schatz, Speed Up. Ja, was gibt's hier noch? The Tower. So, ich brauche aber natürlich noch den Itemraum. Ach. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Okay. Hier vielleicht noch? Yes. Uh. Gibt's halt einfach nur fliegen, ne? Puh. Hier unten, guck mal. Da ist er doch schon. Yeah. Ja. Oh. Es juckt's im Ohr. Oder am Ohr. Sehr cool. Das brauchen wir nicht. Doch. Wir haben noch Zeit. Ein Shop. Okay. Komm, mach die Pforten auf. Danke. In den Shop. Yes. Das hier auch noch. Und das noch. Und den wegsprengen für Penny Tears. Nein. Okay. Und dann weiter. Recht lahm sind wir noch. Wir haben doch Speed Ups bekommen, ne? Das ist halt schon fett jetzt. Und die werden jetzt auch größer, ne? Mit durch Accuracy Brings Power. Ich glaube, die werden auch größer. Vorhin mit Polyphemus sind sie größer geworden. Die Poptosis Polyphemus, ich weiß nicht. Short Range Mega Tears. Gut. Weiter. Okay. Kein Curse of the Darkness mehr. Links, rechts. Wir gehen erstmal nach rechts für den Itemraum, schätze ich mal, ne? Boah, das ist fies. Werden jetzt? Okay. Ich muss ein bisschen Gas geben. Ah, ist er wirklich nicht? Gibt's ja gar nicht. Ach, see. Resistance-Pilow wäre halt einfach nur imbar. Und dieses Mal dann auch nutzen. Jetzt halten wir mal wirklich da unten wahrscheinlich dann, ne? Oh, wichtig. Gibt's noch was? Okay. Der Shop. Okay. Wir haben trotzdem ein Sieben Münzen. Haben wir? Gibt's was Vergünstigtes? Nein. Dann Penny Tears. Fuck. Hab ich echt die komplette Ebene gemacht? Bin schon bei elf Minuten. Oh, das wird eng, ne? So, was gibt's? Ja, dann muss das hier, ja. Kannst ja nicht ändern, ne? Oh, danke. Oh, danke. Oh, fett. Oh, nein. Jetzt hat das Ding mich... Fuck. Scheiße. Naja, weiter. Ein Spawner ist das, ne? Naja, der geht recht fix kaputt. Shit. Naja, egal. So, wohin? Ich geh jetzt mal links runter, da. Oh, ich bin schon wieder getroffen worden. Fuck, echt. Ich glaube, ich kann die ja so weg machen, ne? Strength. Strength. Okay. Was haben wir hier? Oh, nur den Kampfraum. Nein. Nein. Wait, jetzt. Echt jetzt? Ist nix drin hier überall. Fuck you, echt. Was haben wir hier? Nein. 14 Minuten schon. Ich muss Gas geben. Okay. Hier ist auch nix. Ach man, ist doch zum Kotzen. Ja, dann da rüber. Das reicht von der Zeit einfach nimmer, glaube ich. Ich muss echt Gas geben, ja. , Mann. Okay. Ja, jetzt geht's. Ich muss immer, glaube ich, das was verjkelt. Genau. Ja, da. Okay, wenigstens das. Crap. Na ja, Titan Crap. Ah, das will ich auch noch haben. Wir sind weg von mir hier. Boah. Fuck. Wie lange haben wir noch? Drei Minuten? Drei Minuten 50. Und ich sehe nichts. Natürlich. Natürlich. Ich werde direkt getroffen. Super. Super. So, was haben wir hier? Nein. Ich habe keine Zeit mehr für den Crap. Hier geht es nicht weiter. Direkt mal eine Sackgasse. Super. Hier links. Oh, ich muss weiter machen. Okay. Nein. Fuck. Gut. Was ist das? Death? Nein. Fuck. 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 Habe ich noch die Zeit? Ne, ich habe die Zeit nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Angel Room. Komm bitte. Das ist gut. Oh, ich deb. Doch, ne, oder? Alles verlangsamt ist in Ordnung. Die verlangsamt man nicht. Das habe ich schon mal gesehen. Nach wo? Na. Okay. Ein Backup haben wir auch. Boah, wir machen richtig fett damage, ne? Okay. 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 Was ist hier noch? Pipi, geh weg. Okay. Schade. Oh, jetzt geht's los. Oh, das ist bloat. Fuck. Schön oben drüber. Und jetzt Bamsen. Gut. Er ist tot. Oh, da ist er. Oh, ne Münze. Tot, stirb. Yes. Oh my God. Bitte der Normale. Gut, das ist der Normale. Okay, der ist weg. Kommt noch. Oh. Oh. Fuck. Oh, ist eine Münze. Hier unten war irgendwann noch eine Münze, ne? Nein, keine Münze. Keine Münze. Echt jetzt? Keine Münze. Wo ist der Engel? Was ist der noch? Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.